Willkommen zu Uncharted The Lost Legacy. Willkommen zu Unchartedung. 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 Unchartedung. Willkommen zu Unchartedung. Willkommen zu Unchartedung. Willkommen zu Unchartedung. Willkommen zu Unchartedung. Okidoki, bin unterwegs. Willkommen zu Unchartedung. 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 Unchartedung. Willkommen zu Unchartedung. Willkommen zu Unchartedung. Alles klar. Bring dir nächstes Mal selbst ein Seil mit. Achtung. Okay. Was ist das? Na gut, das sind nicht viele. Wir können... Halt! Dieser Asaph macht keine halben Sachen. Das wird eine ziemliche Show. So eine Scheiße. Schaulein. Was zur Hölle machen die? Wir haben alle umgelegt. Hey, Sam. Was? Hey. Bist du okay? Ja, okay. Du musst nämlich ruhig bleiben. Bin ruhig. Also aufgepasst, Ladies. Wir machen's so. Ich übernehme den rechten Kerl. Ihr beide bleibt einfach... Shit. Was ist die meinte? Geh ja nur ruhig! No! Oh! Gut improvisiert, wir sind... Yeah! Eins plus, wir werden hier im Unterboden. Wohin sind sie die Zinkel? Ich hab einen Mistkerl genau hier! Schön unten bleiben. Geh! Scheiße, da kommen noch mehr. Sie sind da drüben, ich habe sie gefunden. Sie sind da drüben, ich habe sie gefunden. Sie sind da drüben. Hier! Was hast du hier vor deiner Neugierde? Geh lieber! Hab jemand in der Seite? Okay. Ich glaub, das waren die Letzten. Äh, Nadine. Können wir kurz reden? Was? Ich folge nur deinem Beispiel. Ja, aber... Kommt. Ich lass nicht zu, dass Shoreline den Stoßzahn bekommt. Die Panzerforst hat den Ausgang zerstört. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Sehen wir nach. Bist du okay? Ja. Bist du okay? 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 Hm. Ich glaube, hier kommen wir durch. Hilfst du mir mal? Komme. Fraser, geh du vor. Danke. Lütz da drin. Gut. Wir sind fast am Bahnhof. Kann nicht mehr weit sein. Komm schon! Oh Gott, oh Gott, oh Gott, scheiße! Whoa! Oh Gott, oh Gott, oh Gott! Scheiße! Oh, war das jetzt unbedingt nötig? Okay. Also dann, nicht mehr weit bis zum Bahnhof. Leck mich am Arsch, sie lebt! Nadine, sie ist hier! Alles okay da unten? Ja, bis Sam seinen Arsch erwähnen musste. Wo seid ihr? Am Funkturm. Nadine, siehst du einen Weg hier rauf? Fraser, wir suchen etwas, woran du dein Seil festmachen kannst. Ah, klingt nach einem Plan. Ich hab was für dich. Stütz was gegen diese Strebe. Ich mach ja schon. So, okay. Komm rauf. Das klingt aber nicht gut. Himmel! Los, los, los! Herr, halt den Warten fest. Ich mach ja schon. Oh, scheiße. Mann, der sah so stabil aus. Danke, zwei. Gut gemacht. Ja, nicht schlecht. Wo es doch ihre Idee war. Mhm. Du hast Asaph also nie über Shoreline reden können? Ich schwör's dich. Von seinen Männern bloß erfahren, dass die indische Armee seine Zulieferkette abgeschnitten hat und sie Hilfe von draußen brauchen. Asaph muss verzweifelt sein. Ja, ich meine Shoreline würde von jedem Geld nehmen. Äh, ich meine... Vergiss es. Stimmt ja. Hier, damit kommen wir die Mauer hoch. Ich helf dir. Ich glaub, das könnte echt funktionieren. Du könntest ja auch helfen, wenn du wolltest. Nee, lass mal, ihr zwei schafft das. Es klemmt. Hilfst du mir? Klar. Ah, alles vorbereitet. Zurück zum Wagen. Fast geschafft. Das hab ich nicht erwartet. Seid ihr okay? Ja. Ja, aber damit kommen wir wohl nicht mehr rauf. Ja, aber vielleicht kommen wir irgendwie hindurch. Nein, bringt nichts. Hier ist alles dicht. Ah, toll. Wir dürfen nicht aufgeben. Bisschen hoch. Sam, du kommst doch ganz bestimmt an die Leiter ran. Komm schon. Räuberleiter. Ich helfe dir. Je mehr, desto besser. Klar, das... 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 Das macht mir gar nichts aus. Wir warten nur auf dich. Oh, shit. Sorry. Sind da oben zufällig irgendwelche Leitern, Sam? Ich zieh mich mal um. Das waren ein paar echt abgefahrene Tage, was? Ja, naja. Ich hätte nicht erwartet, dass Sam Drake wieder in mein Leben tritt. Weißt du, ich war mir auch nicht sicher, ob ich dir trauen kann. Musst du dich etwas auf die Probe stellen? Zum Beispiel mich zwei Stunden in der Kriegszone warten zu lassen? Das war schon eine Geduldsprobe. Also, in dem Fall habe ich mich echt nur verspätet. Auf dem Markt war so ein kleines Mädchen, das mir ein Tuch verkauft hat. Hat sich einfach nicht abschütteln lassen. Wer es glaubt, wird selig. Hey, geht ihr zurück zu den Skien? Ich habe hier was, das könnte klappen. Ja, wir kommen. Okay, Sam, was hast du entdeckt? Ich habe eine Kiste entdeckt. Das war ja klar. Hier, ich schieb sie runter. Warte, ihr allein ist nicht hoch genug. Oh, stimmt, hast recht. Wir schieben den Wagen rüber. Na bitte, hast ne ganz schön kassel rüber. Eine was? Na, rüber halt, dein Kopf, deine grauen Fällen. Ja, das klang es aber gar nicht. Das war ein Kompliment, verdammt doch. Na los, die weiche Stellen. Ihr zwei macht das echt super da unten. Okay, bereit. Alles klar. Bombe los. Perfekt, dann los. Okay, komm drauf. Er ist sie, Miss Ross. Nenn mich nicht so. Tja, als Profi ist man eben böflich. Na, in dem Fall, nenn mich man. Ja, nein, das kann ich nicht. Oh, hey, muss ich übersehen haben. Hey, wir sind fast da. Sam, du kannst mein sein. Geh vor, er kann meins nehmen. Ich bin endlich am Seilklop. Ich fühl mich geehrt. Alles okay. Na los. Hier, ich hab dein Seil. Untertitelung. BR 2018